Moinsen aus Bäumler Leute und Herzlichkommen zu einer weiteren Shop Video hier auf meinem Kanal. Das 15. Shop Video hier am 31.07. Heute sind wieder etwas ältere Skins zurückgekommen. Wie auch sowieso die ganzen anderen Sachen, die sowieso alle jetzt wiederholt werden in den Shop. Ähm, so, dann beginnen wir mal mit dem Wukong und dem Königlichen Drachen. Äh, Königlicher Drache ist ein sehr nicer Gleiter, aber für 2000, ich weiß nicht. Und der Wukong gefällt mir auch nicht so wirklich. Das Set bekommt mal 7 Punkte von mir. Ähm, dann der Sumpfmann. Ähm. Bekommt. Ja, hat auch ein Backpack. Skin feiert jetzt nicht so hart. Aber die Spitzhack ist halt auch ziemlich nice, deswegen kriegt das Set auch 7 Punkte von mir. So, Todesthal. Ähm. Bekommt von mir 5 Punkte. Waffenexperte bekommt 9 Punkte. Äh, Unendlicher Depp bekommt 10 Punkte. Habe ich auch selbst. Äh, Spielspezialistin bekommt 9 Punkte. Finde ich, das ist ein sehr nicer Skin. Äh, Depp. Shop für 500. Für 500 feier ich den gar nicht mehr. Damals für 200 Schoen kriegt jetzt 6 Punkte. Hoch. Ja. Und Leuchtlook bekommt von mir 8 Punkte und damit haben wir einen Shop von 61 Punkten. Und das bedeutet, es ist ein guter Shop, nämlich von 60 Punkten bis 80 Punkten. Es ist ein nicer Shop und jetzt haben wir endlich nochmal einen. Ich feiere den Gleit halt übelst. Besonders hier an der Seite, diese Punkte. Ich bin vorher auch nicht so wirklich aufgefallen. Naja, komisch. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich für Waffenexperten holen soll. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, sick. Aber dann berichte ich euch das nochmal heute. Auf jeden Fall, lasst die kleine Bewertung da. Ähm. Falls ihr das Video gefallen habt, könnt ihr gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Und falls ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt und ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr die gerne auch aktivieren. Ciao.